New Orleans. Musik ist heiß, doch ein Teil dieser Stadt ist noch besser. Man nennt ihn French Quarter. Eine Gegend ohne Gesetz. Für harte Dollars bekommt man alles. In diesen Höchsenkessel sorgen zwei Bullen für Ordnung. Und sie schaffen es. Sie machen ihren Job. Sie räumen auf. Musik. Doch eines Tages bekommen sie den gefährlichsten Job des Lebens. Sie jagen eine Handvoll Terroristen. Terroristen, die Amerika tödlich bedrohen. Ich weiß noch, früher hat mir der Job mal Spaß gemacht. Sie haben nur 48 Stunden, um ihr Land zu retten. Musik. Wir haben eine Menge Gründe anzunehmen, dass diese Karle vorhaben, die Weltausstellung in die Luft zu haben. Musik. Die Zentrale an alle Einheiten. Explosion am Gondelbahnhof. Auf Tor 5 der Weltausstellung. Feuerwehr, Krankenwagen sind bereits unterwegs. Alle Einheiten Code 3 befolgen. Michael Parks und Bill Holliday. Diese beiden Bullen. Amerikas härteste Spezialkommel. New Orleans Anti-Terror Force. Jetzt in ihrer Videothek. Musik.